So liebe Leute, herzlich willkommen zurück bei Let's Play Final Fantasy 6. Äh, yeah. Jetzt wird es ja gerade spannend. Refleque. Naja. Flairstar. Okay. Äh, was mache ich jetzt? Ich werde mal... Ja, ich werde mal Rückkehr machen aus diesem Modus. Oh Gott, hätte ich das gewusst, hätte ich mich geheilt. Oh. Okay. Auch diese Form dürfte jetzt erledigt sein. Bam. 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 Graviga. Oh no. Ich hasse Graviga. Bam. Was zur Hölle. Ja, ist egal. Wow. Okay, meine Gruppe ist schon ziemlich ramponiert. Jetzt kommt die dritte und vorletzte Form. Ja, diese Musik. Nö, 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 nö. Ja, das ist die vorletzte Form. Dieser komische Typ da und dieses komische Vibes-Bild. Keine Ahnung, was das darstellen soll. Ich weiß es wirklich nicht. So, der würde normal angreifen. Ach, jetzt bin ich trocken. Ja, ist okay. Egal. Dann werde ich jetzt Vika casteln. Und einmal Ultima. Und einmal Ultima. Ja, bin immer noch in der Form. Ja, weil mein Angriff ja nicht mehr, weil meine Aktion nicht mehr gezählt hat. So, ich werde mich aufladen. Innerer Frieden. Okay. Oh, was zur Hölle. Das war's schon. Oh, jetzt kommt die absolut letzte Form. Der allerletzte Bossfight. Ach, scheiße. Mit den mickrigen HP-Werten. Oh Gott. Das kann ins Auge gehen. Das kann richtig ins Auge gehen. Oh ja. Er leuchte uns. Der letzte, absolut letzte Bossfight gegen Kefka. Seine allerletzte Form. Sie erinnern mich ein bisschen an Sephiroth aus Final Fantasy VII. Seine letzte Bossform, der One-Winged Angel. Ja, nur das hier ist... Schicksal, Träume, Hoffnung. Wo kommt das alles her? Wo führt das hin? Ja. Die Musik ist hammergeil. Lachhaft. Wertlos. Alles soll unter meiner Hand vergehen. Ja, lacht ich nur schlapp, du. Na, ich werde Fang einsetzen. Du wirst normal angreifen. Und ich hoffe, dass ich jetzt zu meinem Vigra komme. Da noch ein bisschen Ultima. Das wär's. Na, 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 na. Ja, dieser Boss, äh, pff, ja. Was kann man zu ihm sagen? Äh, hallo? Äh. Äh. Äh, äh. Joa? Äh, joa, ich... Äh, äh, äh. Ich glaube, ich hätte meine Gruppe nicht so stark trainieren sollen. Er ist kaputt. Er ist down. Ähm, yeah. Meine Gruppe war einfach zu stark trainiert. Ja, ha, das ist Kefka. Äh, ich hätte euch sehr gerne mehr davon gezeigt. Äh, vielleicht hätte ich nicht mit Edgar angreifen sollen. Der Turm stürzt ein! Wir haben keine Zeit zu verlieren. Schnell! Der Falke herankert nur wenige Schritte von hier. Gut zu wissen. Ja, gut, äh, ja, das war der letzte Bosskampf. Los, Beeilung! Mit vereinten Kräften können wir es schaffen. Oh, Terra, was hast du? Oh, was passiert denn jetzt? Ach ja, ja, die Magie ist... Naja, die ganze Magie geht futsch jetzt. Die Maginite! Magie schwindet von dieser Welt. Die Esper verlassen uns. Also verlässt uns auch Terra? Äh, ja. Folgt mir. Die mir noch gebliebene Kraft will ich nutzen, euch sicher hinauszugeleiten. Äh, ja. Mir fehlen die Worte, was soll ich dazu sagen? Also der letzte Bosskampf, der war ja... Ja. Äh, ja. Er hat nicht einmal angegriffen. Das ist halt, wenn man seine Gruppe wirklich hammermäßig stark trainiert. Und ja, das habe ich nun mal gemacht. Vielleicht kann man das jetzt als negativ sehen, oder ich weiß es nicht. Äh, ihr hättet wahrscheinlich gerne mehr vom Bosskampf gesehen. Weil, äh, jetzt kommen die Credits. Ähm, ja. Ja. Was soll ich dazu sagen? Scheiße! Ja gut, jetzt sieht man noch ein bisschen so Sequenzen, wie sie... Sion! Schnell, der Schalter! Oh, Mann. Schalter? Oh je, wie ne? Eine Maschine! Äh, Sion hat ja eine Maschinenphobie. Oh, Mann. Bounce. Eine Maschinenphobie. Ha! Der Kauf des Technik-Baukastens hat sich ausgezahlt. Ja! Äh, yeah. Ihr werdet bestimmt genauso wie ich den Bosskampf jetzt ziemlich... Äh, ziemlich leicht gefunden haben. Wie gesagt, ich habe mit Edgar einmal seine Combo gestartet und das war's. Ziemlich enttäuschend eigentlich. Äh, ja. Ihr habt bestimmt mehr erwartet, aber was soll man machen? Ja, hier steht jetzt alles in sich zusammen. Der hat immer noch die Zeit, irgendwelche Münzen zu werfen. Wartet! Ja, wat, wat denn? Oha. Hm, immer wenn du denkst, du hast recht, liegst du falsch. Ja, nur gut, dass sie da nicht lang gegangen sind. Das ist dein größter Irrtum. War es nicht das, was du immer sagtest, Daryl? Yeah! Übrigens, sehr geile Hintergrundmusik. Äh, mir gefällt die Musik. Na, 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 na. Übrigens, bei der PSX-Version kommt auch noch ein schöner Film am Ende. Ich glaube, ein sehr schöner Film. Er hat mir persönlich immer sehr gut gefallen. Boah. Glaub nicht, dass ich dir all die Verantwortung allein aufdrücken wollte. Hm, du kümmerst dich um Figaro und ich kümmere mich um dich. Ja, genau. Deshalb ging ich fort und trainierte. Na, 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 weg mit der Scheiße. Ja, also ich muss echt sagen, der letzte Bosskampf, der, ja, ziemlich enttäuschend, also. Wenn man wirklich so lange trainiert und so extrem trainiert, wie ich es getan habe, weil ich einfach sicher gehen wollte, dass ich, äh, in dem Bonus-Dungeon, was jetzt noch folgt, dass ich da auch wirklich gute Karten habe. Da ist eigentlich das Hauptgame, also der Bossunale ist hier jetzt eigentlich für den Arsch. So, Kefka, ja. Hilf mir, Kupo! Kupo, Kupo, hilf mir! Ja, was kommt jetzt? Genau, pack ihn am Bummel. Mäh, äh, 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 äh. Haha, oh man. Boing! Mein Fell, du Trottel! Ich bin doch kein Stofftier, Kupo! Haha, jetzt ist er sauer. Äh, ja. Wie gesagt, soweit ist das Let's Play jetzt eigentlich fertig. Hm, mein erstes Let's Play, das ich, äh, offiziell beendet habe. Und, ja, ist einiges passiert, wir haben einiges gesehen und ich hoffe, ich konnte euch dieses Spiel etwas, äh, näher bringen. Sie lässt sich nicht öffnen! Uga, Uga, Uga! Komm, zeig's ihm. Und der bahnt sich einfach einen Weg hier durch den ganzen Schrott. Uga, Uga! Ja, schön gemacht. Uga, Uga, Uga! King Kong! Uga, Uga, Uga! Oh man. Ja, ähm. Wie gesagt, der letzte Bosskampf, der war jetzt ein bisschen, ähm, enttäuschend und auch sehr, sehr kurz. Jetzt also, ja, ha, der kürzeste Bosskampf, der es gibt, glaub ich. Oh man. Hey, die Truhe hab ich geöffnet, ja? Oh je. Die Schalter müssen gleichzeitig und genau auf dieselbe Weise gedrückt werden. Gogo, Mimes Sales. Genau. Du kannst es doch so gut. Nnennennen. Okay. Gut gemacht. Und, uah. Pst. Der weiß der Teufel, wo der hingefallen ist. Ja, jetzt kommt Gau. Äh. Entschuldigt, wenn ich jetzt hier stoppen muss, aber. Ich kann natürlich keine Pause machen und. Im nächsten Video geht es dann weiter mit den Credits und dann werde ich auch so ein bisschen meine Eindrücke von dem Game jetzt noch ein bisschen erläutern. Und ja. Mal sehen, äh. Schaut einfach nochmal rein. Bis zum nächsten Mal. Ja. Ja. Vielen Dank.